Oben geht nicht, aber da muss ich ziemlich knapp. Okay, ich weiß, wie der es meint. Bumm, genau. Nicht getimed. Ja, ja, das ist ja mal nett. M-m-m-m-m-m. De, öff, de, wat de, au. Oh, Mann, oh Mann, was denkt der Typ sich da bei? Oder was denke ich mir dabei an da und die Flamme sollen? Los, spuck dein Feuer, dann kann ich weiter. Mann, die Teile kleben vielleicht mal. Da oben ist der Schlüssel, aber da komme ich jetzt nicht mehr hin. Okay, lass mich durch, ich will weiter, schneller. Mario, der Lame, es ist Sau. Glück gehabt. Hä, was? Ist fast zum Teufel? Also, das ist eindeutig eine Sackgasse. Okay, das soll schon zur Seite gehen. Aber links, nicht dorthin. Äh. Also, nochmal. Jetzt aber. Okay, warte. Okay, das soll nach oben. Aber in die andere Richtung nach oben. Okay, jetzt aber. Und wo? Aber so wird das nichts. Wie soll ich schräg nach oben? Da komme ich nicht weit genug. Da sterbe ich. In die andere Richtung kann ich es genauso vergessen. Das ist auch mein Tod. Nee. Öff. Ich weiß, der ist schräg zur Seite muss. Das sagt er mir ja schon, aber... Das geht nicht weit genug. Eben, da komme ich unten weitergesprungen. Da komme ich dann nach unten, ohne zu sterben. Hä? Da war was. Ich weiß nicht was, aber... Das interessiert mich jetzt. Wenn das da oben nur eine Verarschung sein soll. Wie, ja nicht das erste Mal. Wir werden nicht das erste Mal in diesem Spiel. Weil... Man hat mich schon auch genug hier verarscht. Äh. Ja. Wir wissen es. Ich will... Runter... Ja. Was ist da? Ich will's wissen. Äh. Ja, nee. Irgendwie ist das gerade eben ziemlich fies. Also. Okay. Was bringt das Teil da unten nochmal? Da ist was. Und ich will jetzt gefaxt wissen, was da ist. Da, da, da. Wie zur Hölle? Äh. 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 Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Gut. Na, ich hab sowieso noch ein Leben. Da kann ich gleich das erste Mal drüber gehen. Oder... Wie weit lässt sich zurückladen? Bis drei Leben? Gut. Müsste ich zwar nicht nochmal bis zum Speicherpunkt, aber das geht ja schnell. Äh. Weil ich das ja schon mal geschafft habe. So. Jetzt aber. Und zwar richtig. Müsste ich. 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 Das muss ziemlich knapp erfolgen. Das muss ziemlich knapp erfolgen. Das muss ziemlich knapp erfolgen. Soweit, wie ich es gerne hätte. Ich will jetzt wieder zurück. Gut. Jetzt aber mal. Das ist Schrott. Das ist einfach nur Müll. Wie soll das jemand schaffen? Hier ist eins und weiter geht's nicht, weil man nichts sehen kann. Und was das sei, bringt euch auch gerne mal wissen. Ich hab kein Bock mehr. Ich mach eine Pause. Ich mach eine Pause. Ich mach eine Pause. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018